Arrrr, meine Kameraden. Ist da irgendwo eine Insel, wo ich gleich langkomme? Nee. Geradeaus tatsächlich. Ein bisschen. Was ist denn Parkbord und Steuerbord? Rechts! Ich bin hier bei der Mehrungfrau und sie will meinen Scheiß satieren. Ja egal, dann schwimme ich halt. Ich hab mir bestimmt aufs Land machen müssen. Oh, ich bin angegriffen! AHHHHH! Oh mein Gott! Ein Junge, ein Hai hat mich gefressen. Sie haben nur Kameraden weniger. Oh, wie? Oder, warte! Wie geht das? Ah, hast du gerade! Wie geht das? Hallo Hüsam, kannst du mich hören? Wir kommen in Frieden! Das sind andere Schiffe! Wo? Da wo wir hinfahren, dieses Leuchten, das sind andere Schiffe! An die Kanonen, an die Harpoon ran und jalla! Bugbot voraus zu machen! Die drehen zu uns, die drehen zu uns! Wir drehen nach links, drehen nach links! Wir drehen nach rechts! Oh mein Gott! Warte, wo ist er? Feuer! Jawoll! Sehr schön! Warum ist die nicht geladen? Nein! Jungs, wir brauchen mehr Munition! Wir müssen umdrehen! Wer ist da am Lenker? Ich, du Esel! Na los! Was? Ja, ey! Ich muss hier um Schiffe und so! Haas, Backbordachter raus! Nein! Ach du Scheiße! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen! Nein! Ich gehe! Weil wir über eine Insel gedinkt sind! Oh mein Gott, die Kanone! Weil ich nichts sehe! Wo ist das Loch? Jungs, wo sind die Blanken? Jungs! Hier, ich mach schon! Nimm das Wasser raus! Nimm das Wasser raus! Nimm das Wasser raus! Nimm das Wasser raus! Jungs, da kommen! Ich schreie doch nur, weil es witzig ist, Digga! Jungs, wie kann das sein? Ich brauche Kugeln! Ich brauche Munition! Ich weiß nicht, wo diese Scheiße! Wo sind die Kanonenkugeln? Hier! Monta hatte sie! Nicht alle! Nein, die sind hier unten, genau! Bei den roten Fässern! Warte, 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 warte! Es läuft zu, Davies! Das geht nicht so, mal so oder so mal! Es ist schon zu... Perfekt! Ich fülle hier die Kanone auf, Jungs! Ja, okay! Dann mache ich mich anzuschießen, weil ich habe keinen Plan! Wir müssen hartsteuer... Äh, hart Backbord! Hart Backbord! Ey, das mache ich die ganze Zeit! Hart Backbord! Nicht schießen! Nicht schießen! Wir müssen nahe dran sein! Die treffen von mir auch! Okay! Oh Gott! Nein, wir müssen nach rechts! Nach rechts! Nein, nein, nein! Hart Backbord! Ja, ich bin dabei, Jungs! Ey, ich sehe nichts! Alles gut, alles gut! Super anstrengend! Oh mein Gott! Die eine Kugel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war close! Jungs! Wir müssen uns auf eine Seite entscheiden jetzt, Jungs! Oh, die... Die feuern auf uns gleich! Das ist perfekt überreicht! Die sind vor uns! Die sind direkt vor uns! Ja, die schwimmen... Die schwimmen weg! Das echte... Die hauen ab! Weil die wissen, dass Captain Mountain hier mit der her ist! Warte mal! Warte mal! Das sagt nicht, da kommt noch ein Schiff dazu! Oh, sie bleiben stehen! Sie wenden! Sie wenden! Sie wenden! Sie wenden! Die Kanonen! Ich glaube, der Schiff brennt nicht! Ich glaube, der Schiff ist einfach so! Monta, du musst glaube ich rechts halten! Weil sonst... Aber ich habe sie einmal getroffen mit einer Kugel! Nein, nein, Bro! Wir machen Abkürze! Vertrauen mir! Okay! Okay! Dass wir mit der rechten Seite schießen, oder wie? Richtig! Richtig! Ja, das musst du dann ansagen, Decker! Auf welche Seite wir an die Kanonen müssen! Ich geh straight jetzt auf die zu! Also quasi gerade jetzt auf die rechte Seite! Die schießen! Wir müssen... Wir müssen weiter quer! Dann können wir die auch so versuchen zu treffen! Oh mein Gott! Alter! Wie close! Ja, ihr habt ja auch Captain Monta, ja! Oh mein Gott! Nein! Der trifft uns! Wir sind getroffen! Wir müssen weiter! Ich kann noch nicht schießen! Ich kann noch nicht schießen! Ich kann noch nicht schießen! Ich auch nicht! Ihr sitzt zu weit weg! Ja! Wir müssen noch weiter rumlenken! Oh mein Gott! Oh kacke! Der ging so auf die Schnauze! Ja, das sind irgendwelche Pros, Dinger! Hier unten ist alles... Oh nein! Ich habe das Loch entdeckt! Oh mein Gott! Nach links lenken! Weiter! Jungs, mach die Löcher zu! Ich ruft dir! fahrne geht müssen gleich durch die tür wie bitte du hast doch gerade eben fünf minuten dann steckst du an der kanone drüber und schießen kurz der hat zu einem anlegen bitte hilf mir oder mir geht's gut ja ja bitte hilf mir so jungs ich bin auf einem gekenterten schiff gelandet also gespawnt also es ist komplett gekentert ja das ist so wichtig also sollte eigentlich jetzt auch nicht mehr ich bin auch darauf gespawnt ich glaube es ist gerade noch reingekommen wo seid ihr mein schiff ist hier also unser schiff also meiner pio wie war es jungs hier sind fesser ich bin tatsächlich jetzt gerade auf eine 1 also hier seid ihr perfekt also ein fesser also war nicht schlecht war wirklich hey jungs für den ersten das ist richtig schwer man muss erst mal so nah kommen dann drehen die da muss man selber drehen jedes säge benutzen digga wir bleiben beim hinteren und vor dass du machst den mittleren machen wir nur wenn wir schnell sein müssen digga davis erklär mal bitte jetzt habe ich eine schatztruhe in der fresse und kann sie nicht loswerden lf ne passiert nix warte chill 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 aha so kanonen sind alle einmal jetzt gerade gemacht warte mal stehen bleiben stehen ich brauche kurs da ist doch was drin oder nicht ne halt mal rechtsklick gedrückt da rechts scharf steuerwurst guck mal da rechts leuchtet was weiter links weiter links weiter links weiter links weiter links mit x kannst du sie platzieren igor weiter nach links ja ich bin dabei bro da ist nichts bruder dann machen wir nicht ein bisschen schneider bruder also wir haben zumindest schon mal viele gewässer befahren in dieser kurzen zeit ja auf jeden fall wollen wir hier kurz warten oh was ist das kiste in sich da sind Leute ne ankerlichten 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 rapune bereit fighten oder was let's go das sind keine Leute das sind Monster achso ja du darfst von hier weiter schießen ach sekt schandiger unser captain geht mit guten Dings voraus rogers auch immer so gemacht achtung schuss oh direkt in die Fresse holy dive echt kämpfe mit an eurer Seite Junge ich bin euer captain roger digger sagt was ihr wollt ich hab sie gerade voll mit der Kanone sich fest ich hab sie das sind oh oh äh cloud guck mal jungs ich hab einen dicken kristallkopf ja ich sag mir ballern gegen die felsen jungs oder oder niker dürfen es werden und ich glaube jetzt musst du schon wieder gegen lenken komplett rein komplett 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 noch ein Stück noch ein Stück noch ein Stück holt euch Holzbretter holt euch Holzbretter Jungs noch Holzbretter Jungs schneller Jänner ach du Kacke andere Seite lenken andere Seite lenken nach links was probier ich denn was probier ich denn noch ein Stück noch ein Stück da ist gerettet hier Bruder Junge Tschömer kannst du auch mal was machen außer lenken ich hab die ganze Zeit gerade alles nachgeführt weil ich es nicht geschafft habe Onze ichول agende auf 3 ok acial promotional hat ol warte 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 war warte mal Monty ist raus wir haben keinen mehr am Steuer Oh, Mango, Ananas, Jungs, die sind aber gute Früchte. Oh mein Gott, Jungs. Wir packten das Schiff um, wir packten das Schiff um. Ja, ich merke auch gerade, das ist voll krass. Oh mein Gott. Er hat Dynamit vor mir gehabt. Wo siehst du das? Links. Ja, sag mir mal bitte in der Himmelsrichtung, du hast doch einen Kompass am Stinks. Hä? Oh mein Gott, der Kompass dreht durch. Wir brennen. Wieso brennen wir, Jungs, unten einmal. Scheiße. Wie brennen wir denn? Oh mein Gott. Blitz eingeschlagen. Oh Gott. Jungs, ich bin über Bord. Echt? Ja. Anker setzen. Anker licht nicht, ich bin gerade unten. Ey, wir haben hier auch ein Loch. Junge, Alter, wir müssen raus aus dem Sturm. Das ist gar nicht... Welcher Idiot segelt auch in den Sturm? Ja. Ja, aber es brennt doch gar nicht mehr. Wie habt ihr es gemacht? Es regnet doch gerade. Ja, aber Blitze schlagen ein. Ich kann nicht oben auf den Mast rauf. Ich sehe die Flagge. Piraten. Piraten. Leuchtet die Glocke. Mach unsere Flagge dahin. Piratenflagge. Du kannst auf eine Flagge auswählen. Echt? Wo? Ja. Da irgendwo an der Seite. Schnell, Totenkopf, Totenkopf. Du musst noch kurz warten. Ja, let's go. Jalla, Jungs. Wir müssen ein... Oh, die legen los. Die sägen los. An die Kanonen. An die Kanonen. An die Kanonen. An die Kanonen. Und... Igual. Und wir sehen ja... Feuer. Feuer. Belebt mich wieder, Jungs. Was? Ey. Hüster, belegen wir wieder. Wo ist er denn? Am Mars. Wie geht das? Wie kann ich ihn wiederbeleben? Zu spät. Ihr habt die Eis kalt verkauft, Digga. Digga, da... Mir wurde nichts angezeigt. Digga, da steht so nichts. Digga, da steht so nichts. Ja, ich dreh gleich schon. Wüsste? Hätte doch einfach sagen können, welche Tast ich drücken soll. Ich weiß auch nicht. R. Also... Okay. R. Verstehst du? Ja. Oder R für Revive, ne? Ja, die sind abgehauen, Jungs. Die jagen uns. Die jagen uns. Hallo? Achso. Achso, wir jagen die uns gleich. Das sind beide Schiffe. Das sind Beis schul. Ei, 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 ei. Bei den in Sicht, ARR! ARR! Igo, Segel. Jungs an die Kanonen. jetzt geht's ab! An die Kanonen, versuch's. Du siehst du ja, dass wir gleich gegen... Nein! Gott, oh Gott. Da sind sie... Okay und ich sage... Ich versuch's sich von... Feier! Oh shit shit shit, nee ich muss links da, ich muss links da, ich muss links da. Drehen, 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 drehen... Segel links, Segel links... Ja, let's go. Oh mein Gott, fuß sie nicht. Segel links? Segel links! oder wir müssen das sehen wir in der Nähe er hat also so dass wir nicht um eigene Achse machen können gerade erstmal Jungs wir dürfen jetzt nicht nach links gegen den Stein kommen sonst wäre er am Arsch und jetzt Männer macht euch bereit Kanonkugeln beladen Kanonkugeln beladen erstmal das Segel wieder gerade holen erst mal Oh mein Gott Hallo Egal wer geschossen ist meine Fresse die Schießung auf uns ja natürlich schießt er auf uns das ist hier Freddy Feier oder was oh Junge ich meine dass sie auch zurückschießen sollten sie haben unsere Maske getroffen oh shit ich auch die Crashen wo sind sie ich sehe sie nicht das Loch stopfen oh mein Gott Jungs wir brauchen dicke Eimer hier wir sind offensichtlich ach du scheiße Bruder unser ganzer Rupf ist fast voll wir müssen auf jeden Fall wieder weg ein Loch hast du schon dicht gemacht ein Loch ich sehe gar kein zweites weiß nicht wir sind alle auf Bord wir sind alle auf dem Bord Jungs ist jemand nicht an Bord ja warte mal ganz gut wir sind doch fort die haben so ein Mast mit diesem Schleuder Dixer direkt getroffen Digger ja diese selbe Schleuder einer muss reparieren einer muss reparieren wie geht denn das die kommen auf uns zu die kommen auf uns zu Jungs die kommen auf uns zu wo? 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 ich bin an der Kanone ich gehe an der Hapune geht an die Kanone ich bin an der Kanone oh nein kann jemand die Segel nehmen? noch nicht Scheiße versucht weiter ja 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 Jungs ihr müsst besser zielen ey Mann Alter an die Kanone an die Kanone geht an die Kanone einer muss nachbefüllen Jungs das wird ein Frontalkurs ja 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 genau genau so genau so das wird ein Frontalkurs Jungs rüber wir müssen rüber ok raum da raum da raum da hier bei uns bei uns es ist halt auf Scheiße ich bin runtergefallen wo 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 setzt den Anker Jungs da oh mein Gott ich sehe ihn nicht wo ist er? Jungs setzt den Anker wo ist er? der ist runtergefallen der ist tot ich habe ihn getötet oh das ist sehr schön Eieieiei Digga ich kam nicht drauf auf das Schiff unser erster Überfall stark stark guck da unten guck da unten guck da Wasser ist die sind immer noch da wo? ja guck da unten ob unten Wasser ist achso ist nicht ist nicht perfekt war perfekter Überfall ein bisschen stressig aber geht ein bisschen stressig ey solange der eine tot ist müssen wir eigentlich nicht die anderen ficken ja an die Kanonen ey warte mal einer muss gefühlen können wir an ein Schiff nagell genug ran oh das ist getrunken jungs auf hä was ist denn hier auf einmal wieso? die haben Löcher reingemacht die haben Löcher reingemacht ach du scheiße oh mein Gott oh mein Gott die ficken uns gerade die sind zu gut im aim ich reparier schnell den Mast ein Steuerrad wurde beschädigt Leute alles reparieren Junge jungs wir stehen unter Wasser komplett ich bin gerade dabei ey hier ist eine bei uns ich wurde abgestochen ich auch unser schnitz ringt jungs raus hier Digga ich hab dich nicht mal gesehen ich hab ihn getötet ich sterbe unser Schiff ist gesund ja ich glaub wir müssen 6,7 sein mindestens aber man kann nur zu viel man kann nur zu viel ja ja was ist das für links eigentlich warum schwebt da so was drüber dieses blaue müssen wir da hin ey da ist ein Schiff da ist ein Eizelschiff da ist ein Eizelschiff da ist ein Eizelschiff das kann man ins Eizelschiff da direkt vor uns ne das sind glaube ich auch 2 ne noch nicht geradeaus weiter rechts noch ein bisschen ok ok jetzt geradeaus kommen die uns entgegen? ja ne die haben aber auch kein Segel gehisst jetzt geradeaus aber sind schneller als die aha da ist es sind die Kanonen jetzt alle beladen mal Segel reinholen dann eigentlich ja Segel reinholen ne wir müssen hinterher Segel draußen lassen Segel draußen lassen die wollen abhauen alles klar links 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 wir müssen scharf links Junge sind die wendig alle auf die linken Kanonen linke Kanonen linke Kanonen Feuer Jungs wir treffen dich ne nein immer nur knapp oh man wir müssen wieder wenden ok ich geh schnell wieder ins Rad holt die Säge mal ein Jungs das war knapp mit denen wieder Mast angeschossen alles gut ich mach das schnell wir müssen das Ziel holen ne oh mein Gott die kommen von der Seite Jungs von welcher Seite ich mach gerade den Mast heilen hinten links hinten links ich kann die nicht treffen mit den Kanonen ne können wir auch nicht wir müssen einmal komplett drehen einmal komplett drehen warte mal haben wir nicht ich hab schon komplett links ich hab schon komplett links Mann wieso ist der hintere Mast denn nach wir müssen uns die Säge mal einholen damit wir besser wenden können die haben gerade einen von ihren Leuten geschossen sie sind achten sie gehört er redet ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR wir brennen wir brennen wir brennen da macht was dagegen ich bin an der karte ich brenne selber oh mein gott wasser läuft nein ich bin nicht beim lenkrad ne ja ich bin da unten am reparieren dieser macht das schon oh mein gott hier brennt's dolle sind ein bisschen überfüllt oh mein gott hier brennt's dolle jungs aber sind alle zu ja wasser wasser wo ist die wasser ding ist da oh mein gott wir haben nochmal reingemacht ich kümmer mich um das feuer ich habe schon hier oben wo sind die wichser da die steuer männer boah ich hab dich mal gelöscht du hast gebrannt also das wort wird hier einfach gerade gebrannt einer muss unten bleiben sage ich ehrlich aber wo sind die hier kann man es auch einschmeißen glaube ich nicht oh mann alter ich treff die immer nur so fast wo ist denn das loch wo ist denn das loch das loch ist zu ja das wird ja nicht weniger ich sehe sie gerade nicht die wellen sind so bro davis das funktioniert nicht was du tust du musst es draußen ablassen so ja was um nichts junge weil wir spielen dieses spiel alle zum ersten mal als du war nicht so ja ist ja ich werde nicht mehr die eine sagt man besser machte besser dass die müssen uns darauf einigen was einer macht wo ist er denn ich mag jetzt gar nichts nein er hat mich egal wie crazy ist er drauf Tag zwang von ich ja pas die die du du also du 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 du